Nie auf dem Bildschirm schauen, sondern in die Fernwärmung schauen. Immer in das Loch, da muss man jetzt immer überlegen, wie ich aufhabe. Wir reden dann schon. Okay. Mal Stimmübungen. Hola und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe es endlich geschafft. Ich drehe mein erstes Video. Finally! Und dafür habe ich mir einen besonderen Gast dazu geholt, den ihr bestimmt nicht kennt. Wer kennt mich denn? Wer bin ich eigentlich? Hi, ich bin Aquamarine. Und habe Melli jetzt endlich dazu getrieben, ihren eigenen Channel aufzumachen. Dankeschön. Bitte sehr. No way. Sie ist eigentlich really bad. Aber wir werden gucken, das Beste aus ihr rauszuholen. Und in dem Fall geht es jetzt wieder zurück an dich. Ich werde Aqua heute Fragen zu mir und meiner Person stellen. Somit könnt ihr mich besser kennenlernen. Und ich kann mal testen, wie gut du mich eigentlich kennst. Bist du bereit? Was ist, wenn ich die Fragen nicht lasse? Wenn du die Fragen nicht weißt, dann musst du dich ausziehen. Wir sind ja nicht auf YouPorn. Ich glaube, du hast das ganze System hier noch nicht verstanden. YouTube ist nicht YouPorn, also darf man sich gar nicht ausziehen. Das ist meine Bestrafung. Das ist meine Bestrafung. Das ist wirklich boring. Und ich kann ein ganzes Testes sehen, das ist wirklich witzig. Oh, eh nichts. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich dann im nächsten Video als Strafe machen soll. Oder wir können so ein Truth or Der Video drehen und ihr könnt das dann gleich mal in die Kommentare schreiben, was ich machen muss. Aber ich weiß sowieso alles über diese Bescheidung. Oh, really? Dann fangen wir mal an. Wann habe ich Geburtstag und Geburtsjahr? Ja, das fangt schon, das ist nicht los. Dein Geburtstag ist eben, du bist Krebs. Richtig. Du hast im Juli Geburtstag. Richtig. Und zwar am 14. Richtig. Mit Geburtsjahr. Du bist Menzen. Jetzt reagieren wir. 1998. Ten out of ten. Oh, ich bin mit Geburtstagen nämlich so schlecht. Wir fangen keine Geburtstage ein. Also ich weiß nicht mehr den Geburtstag von meiner Mama. Ich bin einfach so schlecht. Ich fühle mich geehrt. Das war irgendwie Intuition, Eingebung. Wir beenden unsere Sätze, wir denken das gleiche. Ich weiß, wenn du Geburtstag hast, du bist so der einzige Geburtstag, den ich weiß. Gut, die zweite Frage. Was ist mein Lieblingsessen? Du bist Vegetarierin. Richtig. Und dein Lieblingsessen ist Pizza. Auch. Auch, aber mein Lieblings, Lieblings, Lieblingsessen. Was könnte ich jeden Tag essen? Zwiebeln. Ja, aber nein. Ich hab's jetzt richtig? Ich glaub, du isst jeden Tag Zwiebeln. Es stinkt nicht. Ja, Guacamole. Richtig. Avocado. Ja, dann hab ich's. Und das ist Zwiebeln und... Ja, also es war richtig. Zwiebeln und Avocado. Es ist mehr oder weniger richtig. Guacamole. Was ist meine Lieblings-Make-Up-Marke? Uff. Also entweder ich... Es gibt jetzt... Es gibt Nix. Mhm. Es gibt Urban Decay. Mhm. Und Sephora. Nein, das ist das Geschäft, wo man's glaubt. Ja! Aber was ist meine Lieblings-Make-Up-Marke? Nix. Nein. Nein. Sondern? Überlege. Urban Decay. Nein. Gibt's bei Douglas. Lippenstift von... M. Warte, 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 warte. Ist das von derer... Von derer... Von dieser... Von diesem Typ da, der ausschaut wie eine Frau? Nein. Dieser Jeffree Star! Mhm. Ey, ich kenn mich nicht aus. Meck! Meck ist ein Computer! Wir haben noch viel zu lernen. Das seht ihr übrigens im Video auf meinem Channel. Denn da werde ich geschminkt und werde quasi in sie verwandelt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Okay, leichteste Frage. Leichteste Frage. Wer ist mein Lieblings-Sänger? Beziehungsweise meine Lieblings-Sängerin? Und welches ist mein Lieblings-Album? Lady Gaga. Und dein Lieblings-Album ist Joanne. Yes! You gave me a million reasons to throw it away. Cause this album is so shitty. So, das Video ist hiermit beendet. Wie viele verschiedene Haarfarben hatte ich schon? Du warst blond. Ja. Du warst braun. Du warst schwarz. Ja. Also du bist schwarz, das war es eigentlich. Richtig. Oh, ich bin so gut. Aber die blonde Phase kannte ich noch nicht. Ich kannte sie erst, als ich so braune Haare hatte. Es gibt da sicher mal ein Storytime-Video, wie die Bish mich da kennengelernt hat. Das ist ein Storytime-Video. Das ist auf jeden Fall, ja. Welches ist mein Lieblings-Fach und welches mein Hass-Fach in der Schule? Dein Hass-Fach ist entweder Mathe oder Informatik. Aber ich glaube eher Mathe. Ja! Mathe. Mathe. Und dein Lieblings-Fach? Verkuchen-Fach? Englisch? Ja! Richtig gut. Das sind so Dinge, die ich eigentlich gar nicht wissen kann. Aber irgendwie... The Intervention. Diese Verbindung. Okay. Wer sind meine Lieblings-Youtuber? Ich habe drei aufgeschrieben, die könntest du wissen. Also als allererstes Aquamarine ist ein aller... Habe ich nicht aufgeschrieben, aber es... Aquamarine ist Nummer One bei dir. Weil... The One und so. Na, du mockst's. M war gut, M war gut. Mel... Nein, nicht Mel. Das bist ja du. Marvin Magnificent. Ja! Noch eine deutsche YouTuberin. Blond. Kelly Mrs. Vlog. Ja, die ist auch cool, aber die habe ich nicht drauf beschrieben. Blond und... Bibi. Nein. Nein. Warte mal, Marvin. Eine blonde, weibliche YouTuberin aus Deutschland. Shirin David. Exactly. Und... Eine dritte, ich glaube, die kennst du nicht. Dann, wer ist es? Holy Bill. Doch! Du hast ein Make-up-Tutorial von dir nach. Ah, wo ich das Make-up-Tutorial nachgestellt habe. Mhm. Nein, das hätte ich nicht. Okay. Ähm... Auch eigentlich eine leichte Frage. Welche Sprachen spreche ich? Deutsch. Englisch. Mehr oder weniger. A little bit. Ja, ein bisschen gebrochenes Deutsch. And a little bit of Spanish. Wie war das schon wieder gelernt? Ich glaube, das war so, oder? Ja. Richtig. Ganz sogar. Ähm... Wie oft war ich schon in der Türkei auf Urlaub? Oft. Ja, oft. Eine Zahl. Hätte ich gerne. Sechsmal. Öfter. Zwölfmal. Öfter. Du bist gerade bei 13. Wie oft bist du denn noch? Ich bin 13. Nein, öfter. 16 war es. Weniger. Aber 12 war schon gut. 13 Mal. Richtig. Das kann ja keiner wissen. Wie oft war ich schon in Italien? Drei Mal. Nein. Zwei Mal. Aber oft. Welchen Sänger hasse ich? Den hast du auch. Andreas Caballé. Auch. Aber so richtig so. Der jetzt oft in den Jazz ist. Ed Sheeran. Ed Sheeran auch nicht. Ich verstehe den Haid nicht. Ich verstehe das auch nicht. Warum Ed Sheeran? Warum? Womit straggle ich in Bezug auf Technologie am meisten? Mit dem Computer. Ich frage mich auch, ob ich dieses Video irgendwie schneiden soll. Aber... Ich werde dich nur an den Computer setzen und sagen, so das machst und das machst und das machst. Dann sehen wir dieses Video 2024. Letzte Frage. Ähm... Ohne welche drei Make-Up Produkte würde ich nie das Haus verlassen? Dann... Es sei denn, du kommst zu mir baden. Oder hast du das da? Naja... Vorges... Einen Make-Up. Einen Lippenstift. Richtig. Zeinung. Einen Eyeliner. Richtig. Und einen Augenbrauenstift. Einen... Wimpern. Aber das ist ja kein Make-Up. Wimpern. 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 Zange. Wimperkleber. Yes! Praise the Lord. Ah ja... Ich bin schon über Wimpern aufgeklebt. Also, wenn da der Wind geht, dann fliegen sie nach Indien. Indien. Goodbye my dream. Also, ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie gut ich sie jetzt eigentlich kenne. Also, es gibt keine Strafe für mich. Es ist dir eine Strafe für dich, dass du mich nicht dazu bringst, die Fragen falsch zu beantworten. Nein. That was not the plan. So, das war's dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, das Video heute... So, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könntet, 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 könntet. Ich nix sprechen, gutes Deutsch. Nein, nicht sprechen, na gutes. So, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sei, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Es werden ganz, ganz bald mehr Videos von mir kommen. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, wird, wenn jetzt für Aquas Channel noch ein Video... Da werde ich ihn schminken. Ich werde auch kristallt und werde aussehen wie diese... Eine Drag Queen. Ja, weil du jetzt eine Drag Queen bist, oder? Du bist doch die Drag Queen. Boah, nämlich so schminkend wie du bin ich. Eine Drag Queen. Das heißt, du bist da Drag Queen. Cut. Cut. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.